Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest hilfreiche Elixiere anzunehmen bei Alonsus Faul in dem Nesavlich-Tempel an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hierbei darf ich verschiedene Zutaten sammeln für Alonsus. Nehme die Quest dann und wie ihr seht, ergeben sich hier mehrere Optionen, was ich abgeben kann, entweder Sternlichtwäuse oder Runenschuppen-Koi oder Leibloot. Ich habe mir von den verschiedenen Charts genug Leibloot zugeschickt und gebe das dann ab. Ich muss insgesamt 100 Zutaten abgeben, was ich abgebe, ist egal. Ich lege dann mal los. Das hätten sie hier hören können, hier auf 10 oder 20, aber nein, man muss jetzt sich 20 mal durchklicken. Bin jetzt bei 25, 30, ja, muss man halt durch. So, und noch einmal das Ganze. Und sobald man 100 Stück abgegeben hat, von diesen Zutaten darf man die Quest bei Alonsus Faul abgeben, in dem Nesavlich-Tempel an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.